Meine sehr verehrten Damen und Herren, Stichwort Dampfhorn-Spielofon. Wenn es jetzt bei Ihnen klingelt, dann dürfen Sie gespannt sein, was ich Ihnen jetzt erzähle. Wenn Sie noch nicht wissen, um was es geht, dann dürfen Sie sich in der unten verlinkten Playlist auf YouTube die Bauvideos anschauen von meinem großen Projekt, was die letzten über drei Monate meiner Freizeit verschlungen hat. Ja, bezüglich dem Dampfhorn-Spielofon gibt es Neuigkeiten endlich. Und zwar, es ist noch nicht fertig, noch nicht wird es heute präsentiert, aber am kommenden Sonntag, den 29. März 2015, in Sigmaringen beim fünften offiziellen S-Team-Treffen. Ein großes Stammtischtreffen wird stattfinden und ich habe Nachtschichten eingelegt in der Werkstatt um diese Gerätschaft, diese Maschinerie einsatzfähig zeigen zu können am Sonntag, anlässlich auch übrigens unseres zweijährigen S-Team-Bestehens. Und ich habe jetzt hier eine ganz simple Transportkiste aus Holz gefertigt, wo diese Maschinerie im Moment drin ruht und dann eben am Sonntag mit nach Sigmaringen fährt. Wer möchte, ist herzlich eingeladen, dazuzustoßen, am besten natürlich in Klamotte, das wäre perfekt. Und der darf sich dann live davon überzeugen, dass dieses komplette Eigenbau, eine Dampfmaschine und eine selbstgebaute Spieluhr in Kombination wirklich wunderbar funktioniert und für Unterhaltung sorgt. Ich freue mich auf euch und bedanke mich fürs Zusehen. Adieu!